Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Föhnutopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Abo und einen Like da und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Mann, hier in dem Verlies war es aber gemütlich. Und damit herzlich willkommen zurück, ne? Jetzt ist es endlich an der Zeit, dass wir unseren Kumpel Thomas retten. Wir haben es ja jetzt endlich in die Festung geschafft. So, kommt mir was entgegen. Pam. Da oben ist ja bestimmt was drin. Ich treff noch. Äh. Mir fällt ein Trick ein. Das hat nicht geklappt. Hm. Ich kann halt mir nichts anderes dahin legen zum Hochbauen. Ich glaube, ich brauche noch so einen Trippelsprung. Aber. Ich wollte Baseball spielen. Pam. Aua. Zack. Bleib einfach da hinten. So, was haben wir hier? Kann ich eigentlich eine Kiste von hier einfach mit rausnehmen? Müsste ich mal prüfen. Hm. Von hier ganz bestimmt nicht. Habe ich jemanden gerettet? Puh, du bist nicht einer von ihnen. Ich will dich nicht beunruhigen, aber es ist böses im Busch. Soweit ich es beurteilen kann, haben wir eine Invasion von Körperdieben. Wenn sie dich bekommen, verwandeln sie dich in einen gedankenlosen, unfreundlichen Rübel. Der Ausgang ist blockiert und alle meine Freunde wurden von ihnen eingenommen. Jetzt wo du die Situation verstehst, schlage ich vor, dass du dich verstecken gehst. Das kannst du vergessen. Warte mal. Wie bist du hier reingekommen? Warum bist du hier? Ich bin hier, um jemanden zu retten. Oh, wie romantisch. Ich kann hier nicht tatlos rumstehen, während eine Zivilistin sich Gefahren stellt. Nur um einen Geliebten zu retten. Lass mich dir helfen. Kapitän Max meinte, wir sollen auf Verstärkung warten. Das muss sie sein. Mit meiner Sicherheitsstufe kann ich für dich hier jedes Schloss öffnen. Ich bin sicher nicht die Einzige, die sich versteckt hat. Zuerst musst du mich zum Hauptterminal bringen. Das ist ein Raum mit lauter Computern in der Mitte dieses Gefängnisses. Kannst du dich verfehlen? Okay, ich habe jetzt so gesehen. Und die werfen ihre Sperre natürlich. Ja, ich hätte mehr Heilung mit hier reinnehmen sollen. Ach, das Ganze nicht öffnen. Ruhigt euch da unten. Ach du Kacke, ach du Kacke. Die Fallschützen-Nerven. Nervt. Verrick. Boah. Puh. Wenn ich die Möglichkeit habe, hier nochmal rauszukommen, ne? Dann ist das Erste, was ich hole mir, zigtausend von diesen Slushies zu holen. So, jetzt öffnen wir alle Türen. Wir haben es im Hauptterminal geschafft. Du bist voller Überraschungen. Wie du sehen kannst, ist dieses Gefängnis voller Heidlich-Sicherheitssysteme. In meinem Handabdruck kann ich dir eine Level-C-Sicherheitskarte ausstellen. Aus Sicherheitsgründen kann diese Karte nur ein paar Mal benutzt werden. Danach musst du zu diesem Terminal zurück, um die Karte wieder zu reaktivieren. Und das kann wiederum nur ich tun. Also werde ich hier warten. Mach dir keine Sorgen um mich. Nachdem du fertig bist, werden wir zusammenfliehen, richtig? Ja, super. Ich würde gerne da rein. Ich muss die auch rauskostet haben. Kann das sein? Ich habe halt null was zum Heilen dabei. So, eine umgebracht. Ich wollte gerade die Armbus ausrüsten. So, Leute. Ich bin den ganzen Weg nochmal zurückgegangen. Ja, das geht. Offenbar kann man von einem Lichtspringer-Tunnel aus jederzeit zurück. Ich bin den ganzen Weg nochmal zurückgegangen. Nur um mit Slushies. Und ich habe jetzt so alles Geld in Slushies investiert. Du schießt nicht. So, wartet. Die Keycard, die packe ich mir in die Leiste. Ihr seht, ich habe mir wirklich viele Slushies geholt. Und habe auch nur Geld, weil ich das jetzt hier gefunden habe. Warum habe ich die Bombe ausgerüstet? Da komme ich nicht raus. Ach, da steht ja auch B. Wo steht denn C? Da steht C. Okay. Nein. Wie komme ich denn hoch? Nein. Wasser, nein. Ist nicht zu verstehen. Hm. Sieht das nur so brichig aus? Es sieht nur so aus. Zack. Ah, ich kann die mit der Keycard auch durch. Die dürfen mich nicht berühren, dann explodieren die instant. So, ich habe meine Keycard ja relativ gut verschwendet. Deswegen gehe ich die eben kurz auffüllen. Den rechten Weg muss ich nutzen. Nope. Aua. Okay, da kam mit einer von denen. Okay, in die Mitte will ich rein. Und danach oben rechts. Die linke Tür ist Müll. Das Schöne ist, wenn man sie einmal so in der Ecke hat, dann kann ich die damit zuspamen. So, in der Mitte wollte ich einmal. Wegen der Kiste. Geld. So, und hier. Und ich unten durch, um oben durchzukommen. Und habe erstmal eine dicke Explosion gefuttert. So, von hier ist hoch. Ich bin so froh, dass die Gegner nicht respawnen. Und das hier wird wahrscheinlich mehr Versuche brauchen. Das sehe ich doch jetzt schon. Zack. Hau ab. Okay. Dahinter wartet der Tod. Aber das Schöne ist, dass fast jeder Gegner was zu essen droppt. Wodurch ich wieder geheilt werde. Ja, einmal kann ich noch. So. Oben rechts will ich offenbar. Ich dachte mir hier einfach nur, dass Essen kann ich jedoch mitnehmen. So, dann bringe ich aber erstmal noch die Personen da um. Verreckt. Alle beide. So, jetzt gehe ich meine Karten eben kurz wieder aufwerten. So, jetzt bin ich bei dem hier. Ja, ich habe dich keine Sorge. Nein, das war es nicht mit dir. Verstehe. Also, nimmst du eine Rettungsfunktion. Und ich werde dir ja dabei helfen. Wir müssen dieses Gefängnis wieder in Ordnung bringen. Sonst werde ich meine Miete nicht zahlen können. Ich kann dir eine Level-B-Zie-Karten. Jawohl. Einfach mitnehmen und jetzt kriege ich die B-Karten. Okay. Da bist du. Eine Level-B-E-Karten. Wie versprochen. Ja. Lass das kleine Mädchen hier eure Probleme lösen. So, bin gespannt. Okay. Man sieht schon, hier ist umgedreht. Welche Tür brauche ich denn? Die ganz linke. Und ich sehe, dass das schon ein dreckiger ist. Ja, komm nur her. Die immer zuerst. Die nerven am meisten. Wie oft willst du das jetzt noch rein-spammen? Mann. Direkt über mir. Aber ich muss die Karten, glaube ich, eh erstmal nochmal aufwerten. Nope. Lass mich in Ruhe. Und wieder richtige Tür suchen. Haben wir hier die richtige irgendwo? Nein, aber direkt über mir ist ein Juwel. Und hier sehe ich schon, wie ich dran komme. Achso, ich muss ja umgedreht denken. Ich vergesse das die ganze Zeit. Ja, ich hätte da vorne reingehen müssen. Ich finde es schön, dass sie in der Tür sogar noch in mir drin explodieren können. Ja, ich war da im Verrat, bis sie explodiert. Hier kommt nie wieder. Ja, Leute, ich würde sagen, wir beenden das hier heute. Ich hoffe, ihr hattet das schon mal zum Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Ich hole jetzt neue Keykarten. Ich hole jetzt noch ein Abo und 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 ein Abo. Vielen Dank.